Laura, komm, come on, steh auf, bitte. Oh, du bist ganz nass. Schatz, ich liebe dich so sehr. Schon spät, komm. Baby, ich liebe dich. Du musst ins Bett gehen, morgen ist Schule, verstehst du nicht? Baby, ich liebe dich so. Und wo sind deine Klamotten? Kommt jetzt an! Du hast sie verloren. Ja! Als du dich im Playboy zeigen musstest. Warum machst du das? Wer hat dich da reingebracht? Du, dich? Durch mich? Oder, oder wie uns? Laura, quit living on dreams. Laura, life is not what it seems. Such a lonely little girl in a Instagram world. There's no one who needs you. Ich bin alt, wir müssen weg hier, komm. Mein Lidschatten ist verwischt. Du hast ihn beworben und ich hab ihn getragen. Du sagtest zu viel Schwarz in meinem Bart. Und ich hab gesagt, mach mich nicht an. Aber du warst Backstage. Steuern sagen mehr als Worte. Dein Schatz, sie braucht dich doch. Alle wissen, dass wir zusammen sind. Die Leute. Jetzt hör ich sie. Sie kommen. Sie kommen dich zu holen. Sie werden uns nicht finden. Niemand wird dich finden. Dein Ping-up steht mal in mir. Wendler, warum stehst du auf Teams? Wendler, keiner weiß, was du verdienst. Such a lonely little man with a handful of ten. There's no one who needs you. Newsflash. In den letzten Jahren ist die Zahl der Gläubiger dramatisch angestiegen. Die jüngste Veröffentlichung der lokalen Presse berichtet von einem weiteren tragischen Fall. Es handelt sich um ein 19-jähriges Mädchen, das zuletzt mit einem 47-jährigen Pop-Schlagersänger gesehen wurde. Die Medien schließen die Möglichkeit nicht aus, dass es sich hierbei um ein Versehen handelt. Insolventler, warum stehst du auf Teams? Laura, du weißt, dass du was Besseres verdienst. Such a lonely little girl in a Instagram world. There will be someone in your altar who needs you. A-a-a-a-a-a-a... A-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a! A-a-a-a-a-a-a-a! Untertitelung des ZDF, 2020